warm welcome herzlich willkommen marcus termin der 16 januar 2024 mond hat gewechselt und ist im zeichen weder und macht als weder mond das erste mond sonnenquadrat nach dem neumond der weder mond und die steinbock sonne die vertragen sich nicht besonders das richtige quadrat wird zwar erst morgen sein aber es ist die energie die aufkommt was bleibt und was sich nicht ändert ist ich werde nicht müde ist zu erwähnen die rezeption zwischen venus und jupiter eine feine sache und ansonsten wir haben dieses dieses steinbock stellium da oben pluto wirklich auf dem letzten rand zum überwechseln ins jungfrau zeichen das steinbock stellium ist natürlich die 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 ansammlung der regulativen ordnungsmechanismen die quasi in einem letzten aufbäumen so sehe ich es sich zusammenrotten so könnte man das sagen das ist die situation weiterhin was interessant sein mag heute und was man sich ein bisschen angucken kann ist die tatsache dass präsident trump die vor wahlen die die republikanischen kandidaten auswählwahlen in iowa haus hoch gewonnen hat unter den republikanischen kandidaten was interessant ist dann wird es noch ein paar wahlereignisse in diesem sinne geben und dann werden sich alle kandidaten hinter den ehemaligen präsidenten stellen und wir sehen während das passiert ist die venus im zeichen schütze direkt über dieser vollmond konstellation von uranus zwillinge präsident donald trump interessant wenn wir die astrologie als etwas zeichenhaftes auffassen und ich tue das weil anders kann man es gar nicht sehen sowieso ein interessanter philosophischer gedanke wir werden da noch viel viel tiefer einsteigen liebe freunde ich habe da ein ganzes buch im kopf und vielleicht nicht nur im kopf aber philosophie der astrologie das ist das stichwort warum ist es eigentlich so wie es ist das ist ja die interessante frage aber jetzt gucken wir uns das chart an für die wahlen am 5 november 2024 wie sie jedenfalls angesetzt sind vielleicht kann ich das hier in der deutschen version etwas deutlicher sagen wie ich denke also hier sehen wir zeichen heute die venus exakt auf der vollmond konstellation zu den wahlen am 5 november die venus ebenfalls das ist die schwalbe die den sommer macht und da oben sehen sie auch ganz genau jupiter exakt über diesem nordknoten uranus sonnengeflecht was er da oben im zeichen zwillinge hat rückläufig zur wahl am 5 november was auch wirklich super gut passt weil rückläufig heißt ja wieder einsetzen dass etwas wieder passiert jupiter ist dann nicht anders wie merkur die rückläufigkeitsphase von jupiter g 2024 wieder bis dezember und dann geht er wieder direkt das heißt also für eine inauguration für das zweite term gibt es gute gründe dazu gehört auch pluto der wie die sonne die stand zum zeitpunkt der ersten inauguration im zeichen wassermann exakt dort wo pluto zu einer weiteren inauguration gewisser maßen stehen würde nun wenn wenn man sich das anguckt ist das astrologisch nicht aufzuhalten dass der mann präsident wieder wird mir wäre zwar robert f kennedy tausendmal lieber aber wenn trump es wieder wird wir dürfen nicht vergessen dass er wie whistleblower klar gemacht haben mit dieser ganzen inszenierten geschichte natürlich absichtlich aus dem amt gehievt worden ist und nun müssen wir fragen können wir denjenigen die jetzt an der macht sind die einfach die amerikanische grenze aufmachen die kriege machen auf der ganzen welt können wir glauben dass die einfach so wahlen zulassen werden und ich zweifle daran sehr muss ich ehrlich sagen er versuchen sie einen großen krieg vom zaun zu brechen und das ist genau das was im augenblick insbesondere im nahen osten und natürlich auch in der ukraine weiterhin passiert weil diese leute die dort in amerika an der macht sind sich nicht anders halten können und da ist halt wenn man jetzt die die antwort derjenigen staaten bedenkt die da etwas mit dem ganzen zu tun haben dann hat man den eindruck die warten auch auf die wahlen das heißt also die machen jetzt da unten nicht unbedingt den großen krieg weil sie sich sagen das wäre ja extrem dumm in diese falle laufen wir jetzt vielleicht erst einmal nicht rein das wäre ja dann positiv was bleibt dann noch als möglichkeit um trump zu verhindern natürlich nur die üblichen mittel und wir wissen dass wir es mit leuten zu tun haben die völlig skrupellos sind und keine grenzen kennen und insofern ist die welt in einer gefährlichen situation und man darf natürlich auch nicht denken dass jetzt trump irgendwie der heilsbringer wäre der jetzt irgendwie alles richtet der ist auch mit dem militärisch industriellen komplex in einer art und weise verbunden dass er selbstverständlich will dass die europäer sehr sehr viel mehr für rüstung ausgeben obwohl er natürlich des öfteren gesagt hat dass er zumindest in der lage wäre diesen vermaledeiten krieg innerhalb von 24 stunden zu beenden nun muss man sich natürlich fragen warum hat er das nicht gleich gemacht in seinem ersten term kann man also sagen also ich bin weit weit davon entfernt zu sagen oh wenn trump kommt dann wird wieder alles gut aber was natürlich gut werden würde ist dass dieses ganze wokistan und dieser ganze wahnsinn auch unter dem wir hierzulande leiden natürlich dann in dem sinne kein backup mehr hätte das heißt also die ganzen die ganzen damen und herren die sich hier mit dieser ideologie breit machen und glauben den anderen befehlen zu können die haben dann den großen bruder nicht mehr hinter sich aber wie gesagt das ist alles offen das heißt wenn die wahlen stattfinden das wäre nicht das erste mal dass also große kriege vom zaun gebrochen werden um einen schwachen präsidenten der natürlich ferngesteuert wird von seinen hintermännern im amt zu halten die umfragewerte in amerika für für mr biden für präsident biden sind katastrophal er hat nichts vorzuweisen er hat keine erfolge hat kein gar nichts da ist also nur noch die hirnwäsche fraktion hinter dem aber wie gesagt müssen wir beobachten ich danke fürs zuhören an diesem wedermontag ein bisschen aufpassen wegen kopfschmerzen heute wer zu migräne neigt kein stress paar faktoren ausschalten wedermont ist berühmt für migräne vielleicht habt ihr das heute dann eben nicht herzlich herzlichen dank fürs zuhören wer mit mir in kontakt treten will für eine beratung sehr gerne da oben mit der mail adresse unten im blog steht was es kostet ich freue mich sehr wenn ihr das macht marcus termin astrologisches stundenbuch mit vielen vielen dank für all die kommentare